Liebe Prachthaler Seniorinnen, liebe Prachthaler Senioren, Sie sitzen bzw. ihr sitzt heute zusammen zu eurem Oktoberfest in der Alten Schule in Hellstein. Ilona Krieb war so freundlich, mich und auch die anderen Bürgermeisterkandidaten einzuladen, um es vorzustellen. Leider kann ich den Termin nicht wahrnehmen. Ich sitze heute in einer Gesprächsrunde mit meinem Polizeipräsidenten und anderen Führungskräften der Frankfurter Polizei. Ich konnte diesen Termin leider nicht absagen. In den nächsten Tagen und Wochen werde ich aber Ihnen, werde ich euch Gelegenheit geben, mich persönlich kennenzulernen, da ich viel im Prachthal unterwegs sein werde. Ich habe eine Homepage erstellt. Unter www.christian-klaas.info können Sie erste Informationen über mich erhalten. Ich wünsche Ihnen jetzt noch viel Spaß auf der Veranstaltung und einen schönen Abend. Bis dann, Ihr Christian Klaas.